um hier macht du das ding war okay mal ein kleines 4 kommen bei mir jawohl ich helfe dir natürlich zack wieder gesundheit dazu ich drücke die ganze zeit auf kuh Energie hier ist Energie jawohl komm her ich sollte nicht zu nah ran ich hab gerade mein Held ausgeswitcht wollte ich gar nicht habe falsche Taste gedrückt Gesundheit oh danke jawohl nice haut da alles zur asche da ist noch diese nimmst du mal die sich noch mal noch mit hier am meisten leben da das eisteil hier das auch kein eis drauf das siehst du unten vereist ist ach so ja aber trotzdem spielt sie 100 prozent der zerstörbaren objekte zerstört so mein lumen geht es wieder gut und dass ich dann nochmal aufladen und ich habe gleich wieder overdrive fertig wunderbar also bei mir sind äh bis auf den den ich eben kurz zwischendurch hatte alle wieder aufgeladen von der ich habe nur zwei Helden die ähm ja da wird zwischendurch noch mal eingesammelt hast wiederbelebt ne ja so drin ja ja die Horde greift schon an ich mach schon relativ viel schaden overdrive ist jetzt bei mir auch bereit dann bewahren wir uns dann auf ne war die leertaste das bewahren wir uns auf würde ich sagen für stärkere ich muss ja weg und weggebratzt hier Gesundheit ich habe mir das gefühl mit der ersten attacke treffe ich niemanden achtung der ist immun jetzt wieder jawoll schön da hinten noch mehr hier bam boah ich komm jawoll bisher sieht es noch ganz gut aus bei mir zack ich komm mich um das kleinvieh da hinten ist ein riesen viel hopp äh ich würde sagen overdrive leertaste ne so auf den ah du bist fast tot alter das hätte fast gar nichts gebracht scheiße meiner ist da um mein einer ja ich bin gerade hier am da ist der ich ziehe her genau wunderbar so ich wechsle wieder oh oh nächster Daumen bei mir das ist natürlich schlecht weil ich habe auch nur noch mein ähm mein Lumin der nicht so gut ist gegen die what the fuck alter jetzt hat er mir aber eingegeben fuck scheiße ich bin weg scheiße ich bin weg war das sein letzter ja fuck ja ich hab ich hab's vielleicht gleich hoffen wir ist er weg der große ja der große ist weg denn der hatte nur noch wenig leben what the fuck da ist noch einer da ist noch einer stirb so irgendwo wird noch einer sein oh horde besiegt jawoll alter wie ein schweig da waren ah das müssen wir uns mal merken während wir die horde besiegen dass da überall obelisken rumstehen die uns vielleicht leben geben na hier Gesundheit und Energie vielleicht finde ich ja noch irgendwo obelisten die die Items dabei haben ich glaub die grünen die haben nur Energie und Gesundheit jawohl ja nimm auf brauch ich brauch ich nicht ich hab doch voll na gut okay also zurück boah was ein tritt ja na bevor wir jetzt weitermachen wer bei den ausgleiche 1 0 3 weil die helden ähm weiter oder ne ich möchte meinen helden wechseln hm 490 also ich hab ein seltenes 30 verfeinert krustenpanzerkeule von buzzard für arboros ich glaub ich hab hab ich arboros doch es kann sein dass ich den hab aber der ist schlecht gegen die typen da ah da hier den entfernen und den hinzufügen zack ah die hab ich auch war unfall kann vielleicht sein dass du zwei gekriegt hab dann würde ich mal den tank rausnehmen ähm wem packst du dazu dann musst du aber erst mal wieder bearbeiten ne weil die sind von der stufe her nicht so toll ich würde sagen den hier oder oder den dahinter kannst du dir auch so jawohl ähm ich guck mal was ich bearbeiten kann ich glaub ich kann aber nicht mehr viel machen äh der ist ja schon stufe 11 naja du musst halt hier gucken was am meisten am besten stärke bringt oder sowas ich weiß gar nicht was braucht der held ah die ist extra für den helden da alter 40 kritischer schaden die kriegst du auf jeden Fall jawohl mikrotech robo fuß des verwüsters hat er die füße bearbeiten ne das ding sieht eher bescheuert aus aber gut das jetpack ist dran was habe ich hier 117 gesundheit 104 89 89 der da passt hat und hier 15 energie 11 energie 10 energie 6 energie 7 da würde ich sagen hier 15 und 8 oder stärke ist mir ah ne da ist mir stärke nicht so wichtig boah fuck kann sich ja immer nur eins ran machen wa von jeder sorte ja nur eins naja ist halt so jawohl gut ich werde dann fertig zumindest mit dem helden was ist der jetzt stufe 19 ist der oh durch die zwei sachen schön kann ich bei den anderen noch was machen und meiner ist 16 ähm lumin habe ich glaube ich mit ja genau lumin nehme ich mit ah ja den anderen möchte ich speichern so das hat er ausgerüstet Fuß habe ich nichts mehr 13 stärke 13 stärke 9 stärke das bringt energiegeschicklichkeit bla 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 alles dazu 104 gesundheit 13 geschicklichkeit 13 stärke 100 gesundheit geschicklichkeit ok lass mal was habe ich gerade 30 energie ich habe da meinen gewalt 11 17 ja mit dem bin ich auch soweit ich gucke nur schnell ob ich den anderen noch verbessern kann verbessern ja also der eine ist auf 15 der andere ist auf 19 und der andere ist bisher auf 17 98 kritischer trefferwert naja kritischer trefferwert 98 nice das ist alles da gesundheit ist natürlich besser und was haben wir hier noch 45 10 energie 8 energie für den arsch ok dann bin ich damit auffällig jetzt sind meine helden auf 17 18 und 19 ich würde dir empfehlen die nochmal zu bearbeiten weil die skam auf level 8 die arachner ah ne die sind natürlich auf 15 18 und 19 genau das ist ja auch schon mal was ich würde das andere drin lassen jawohl na ich würde das andere drin lassen genau ich meine es hat schon 55 kritischer trefferwert und 70% ja danach gucke ich auch mal was am meisten ist 18 geschwindigkeit 40 krit das ist besser das ist aber auch schon ausgerüstet was hast du hier 326 gesundheit genau jawohl wo setzt du das hin hm warte mal was hat der nicht so viel ok weiter die anderen haben alle nichts ok da hast du nichts das ist ja auch schon heldenstufe 13 sehr gut naja so dann kommen wir in die hergation oh god oh god oh god du hast die baggerschaufeln an den füßen das werden wir gleich sehen im spiel ähm du musst in die navigation kommen damit wir weitermachen können jawohl 3-2 oh jetzt sind die darkspaar auf 20-24 egal kriegen wir hin 3-2 ich habe einen guten und zwei negativen scheiße meinst du obwohl ich habe zwei tanks dabei das ist sehr gut weiter jawohl und dann haben wir zusammen vier gute und zwei schlechte so wie gerade eben doch klar du hattest gerade zwei gute und einen schlechten und ich auch genau also vier gute und zwei schlechte ich hoffe dass ich diesmal nicht so frisch sterbe eigentlich hätte man eher erwartet von mir ne ja stimmt aber nähe das liegt vor allem daran dass du die dass du zwei reichweite hier sieht man da sieht man hier wie sie angesetzt hat das sieht wohl aus ok ich würde sagen fang mal an ich möchte aber den goliath zu beginn haben boah hier der taucher mit seinem jetpack quasi so wo geht es lang, da geht es nicht lang hier müssen wir lang ich finde ihn halt voll cool weil er ein fetter tank ist der ist auch der einzige der bei mir oh gott jetzt drücke ich schon wieder auf q anstatt auf die eins wow du hast was erhalten ja ein mikrotech zielsucher jawoll ich zieh die mal alle ran hier und jetzt möchte ich goliath wieder haben und bam zack 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 alle weghauen nice du hast auch so viel schaden da darf ich meine energie auch schon halb da erstmal durchblicken hier bei dem ganzen blut ja aber du hast wieder alle sechs essenzen quasi voll hier gibt es warte mal gibt es hier oben was ne hier gibt es nichts also gut können wir weiter genau oben ja da geht es rein gut da ist ein toxischer da ist ein toxischer da ist ein toxischer Fungus kannst du dir mal angreifen dieses grüne ding ach fuck da musst du dich anders hinstellen du schießt die ganze zeit nur auf den stein jetzt könntest du ihn treffen ne von hier ach von unten dabei so jetzt jawoll da sind noch mehr was bringt der ich weiß nicht wenn wir wahrscheinlich wenn wir zu nah rangehen dann kriegen wir schaden bam nice das hat jetzt eigentlich nicht gebraucht ja bam du bleibst hier na aufs maul jawoll jawoll Vielen Dank.